Wie ist die Lage? Die Turks haben übernommen. Alles läuft nach Plan. Direktor, bitte überdenken Sie den Plan. Ich flehe Sie an. In den Slums von Sektor 7 leben rund 50.000 Menschen. Ach, Reef. Dann evakuieren Sie den Sektor. Wann entledigst du dich endlich dieser unangebrachten Naivität? Reef. Wir müssen die Räder ins Rollen bringen. Für unser aller Wohl. Wasp mit einem Räder im Räder. Und wir müssen die Räder im Räder nehmen. Ih, wie ich die Räder etwas verletze! Hier wird die Räder sein. Die Räder sind zu den Rädern. Räder kann man einmal nach die Räder sein. Wo sind wir? Stinkt ja bestialisch. Eris. Oh, Cloud. Schnell, komm, nach Sektor 7. Ja. Dieser Dreckskerl. Papa? Papa? Eh? Oh, das noch? Oh, das noch? Oh, das noch nicht. Bereit? Na klar! Logisch! Ja. Oh, das noch nicht. Nichts überstürzt. Ich zähl auf dich. Zieh nicht zurück. Verlass das mir. Na? Was? Ich mach meine Kurzpause. Ich mach meine Kurzpause. Ich mach meine Kurzpause. Ich mach meine Kurzweil. Ich mach meine Kurzweil. Ich mach meine Kurzweil. Ich mach meine Kurzweil. Je Hab meine Kurzweil. Das war's dann. 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 Dann müssen wir's verhindern, oder nicht? Schnell, gehen wir! Ist besser, als tatenlos abzuwarten. Nicht wahr? Ja. Ja. Tiefer! Tiefer! Nicht durch. Nicht durch. Nicht durch. Ja. 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 Klingt toll. Klingt toll. Nicht loslassen. Ja. 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 Roger, der Vergeltungsschlag wird durchgeführt. Wir beginnen mit der Induktion. Die Typen in ihrem Turm da oben drehen echt am Rad. Jeder Widerstand wird dem Keim erstickt. Das ist doch nichts Neues, oder? Meinen ganzen Sektor zu vernichten aber schon. Naja, wer im Glashaus sitzt... Was? Sicher nur ne Patrouille. Los, nach Sektor 7. Unheimlich. Hier ist keine Menschenseele. Nachts kommt hier niemand hin. Nicht nur wegen der Ungeheuer. Auch wegen der Gerüchte. Gerüchte? Na, dass es auf dem Eisenbahnfriedhof angeblich spuken soll. Es heißt, dass wer sich hier nachts hin verirrt, nie mehr zurückkehrt. Warte! Was gibt's da bitte zu warten? Nun, also... Was zum... Bekia! Alles okay? Vielen Dank, Cloud. Tiefer! Oh! Oh! Nee! Ihr habt uns. Wir haben keine Zeit für eure Spielchen. Ich zähle auf dich! Überlass das mir! Bin ich jetzt drin? Geh! 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 Verlass das ruhig mir! Hopp! Ah! Ja, ich bin. Jetzt noch mal so. Geh! 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 Zunächst mal heilen. Achtung, der ist für dich! Verbrechen! Verbrechen! Und los! Für uns alle! Flieg! Und fange uns mit deiner heilenden Kraft! Los geht's! Los geht's! Das war's für heute. Das war gar nicht nett. Meine Wünsche, sie geben euch Kraft. Wechsel! Lass mich machen. Zack! Ja! Volle Konzentration. Das sollte reichen. Ich bin bereit. Neuer Versuch. Kleine Show. Fällig? Biest! Ich bin stärker. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Los, stellen wir alles! Schlag, wie! Arbeiten wir im Team! Los! Ich habe genug! Glaub nicht, du entkannst mir! Irgendwelche letzten Worte! Los geht's! Schlag! Was? Der Feind ist geschwächt! Flieg! Schlag! Los aus! Komm mit zum Finale! Ein Versteckspiel! In der Hoffnung, dass euch jemand findet, habt ihr die ganze Zeit gewartet? Wovon redest du? Lasst uns zum Kran zurückgehen.